wow leute ich bin schwer beeindruckt man tik tok testings die jetzt gemacht habe habe ich jetzt acht euro hier bei dieser werbeanzeige 8,59 ausgegeben 8,59 insgesamt 2.100 video aufrufe ok 17 likes und link klicks das heißt auf meine landing page wo ich direkt einen kostenlosen strategie beratung scroll anbiete ich sollte das aus der kamera aushalten also bedeutet 8,59 geteilt durch 25 klicks ungefähr 35 cent pro klick ja also ich habe auf youtube teilweise muss ich ehrlich sagen ähnliche teilweise sogar unter 30 cent pro klick also ich habe einige anzeigen laufen die krieg durchschnittlich sogar noch ein bisschen günstiger